moin 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 leute und ein kräftiges moin moin hinterher wie man hier in norddeutschland so sagt das moin moin ach ich find's geil und ich komm mir langsam voran im gamerzimmer im spielezimmer wie ich das hier nenne oder gamerzimmer wenn du auch mal spielen willst langsam aber stück für stück wird es hier fertig nächste woche kommen hier die beiden fern wahrscheinlich wahrscheinlich nächste woche schätze ich mal schätze ich mal so kommen die fern hier nochmal aber das soll nicht das thema sein das mache ich ein anderes video für und jetzt einfach nur mal diesen monst ich setze diesen monster ich hab diese farbe monster im laden noch vorher noch nie gesehen wegen quasi in kiel und nicht bei den rewe wo ich mal früher einkaufen war ab und zu nicht so oft aber ab und zu mal hier bei rewe der bei mir dann hier ist so dachte ich mal teste ich den hier das ist ein das ist so ein mehr grün ich würde sagen grün blau ich würde die farbe machen so ein grün blau monster energy ultra fies da nicht richtig ausgesprochen habe ich hätte ja mal getestet ich war auch gerade im angebot weil ich den gekauft habe darum würde ich gehen das ist irgendwas künstlich weiß nicht welcher geschmack das sein sollte das irgendwie mhm schmeckt nach gut 13 kalorien das ganze Schmeckt! Mir schmeckt da, dieses Monster. Ich kann aber nicht danken wenn man nach Wasser schmeckt. Ich will den ausdrinken, den mache ich hier in Gehmerzimmer noch ein bisschen weiter. Bisschen weiter, schicka, schicka, schicka. Ich habe hier aber ein paar neue Lichter, die hätte ich wirklich gerne mal da einzustellen. Das würde mich interessieren, weil es besser ist, weil hier noch nicht perfekt ausgeleuchtet ist. Das ist eine zweite Studie, aber hier eine da vielleicht und eine da hinten in der Ecke. Und das wars. Und dieses Monster, das ist ein Monster, das neu ist. Weiß ich nicht. Ihr habt sie wohl noch nicht getrunken. Wolltet sie testen, findet sie gut. Und bis zum nächsten Video. Mit einem nächsten Test. Das finde ich ein Monster Energy, den ich noch nicht getrunken habe. Gut. Aber haut rein, bis denn und auf wir sehen. Euer Ruhr.